Polizeizentrale, was können wir für Sie tun? Hallo? Kommen Sie bitte schnell! Ich wurde hier lebendig! Bitte beruhigen Sie sich. Wie ist Ihr Name? Sie planten den perfekten Urlaub. Hallo Liebling. Wann kannst du hier sein? Ich hab grad gepackt. Ich werd heute Nacht eintrudeln. Okay. Ich liebe dich. Fahr vorsichtig Liebling. Was sie allerdings nicht planten war... Hallo? Sieh dir seine Haare an. Rauf und runter. Wer ist denn da Liebling? Wie sie ihn überleben könnten. Los mal! Rauf! Entschuldige, dass ich euch nicht beschützen konnte. Woher kommt. Woher berühmwon ich ein? Wie ist es soенноge roasting? Obesch nodig?